Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Und ich bind mir eine Schürze um und feg die Stube auf. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Ich bind mir eine Schürze um und feg die Stube aus. Essen kochen kann ich nicht, da führe ich zu klein. Den Staub hab ich schon oft gewischt, die wird sich Mutti freuen. Mutti! 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 Ich habe auch ein Puppenkind, das ist so süß und fein. Drum will ich für das Puppenkind wenigster Mutti sein. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Ich bind mir eine Schürze um und feg die Stube aus. Mutti! 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 Motiv! Hey! Motiv! Hey! Hey! Motiv! Hey! Motiv! Hey! Hey! Motiv! Untertitelung des ZDF, 2020